Wir spielen Mario Party mit Sandra, Sirio und einem Bot. Sandra, erklär du mal Mario Party. Also, da geht es quasi knapp und kurz darum, Sterne zu sammeln. Das ist das Hauptziel. Und nach jeder Runde gibt es quasi Minispiel, wo du die Coins erwirtschaften kannst. Und mit diesen Coins kannst du zum Beispiel Items kaufen, um näher an den Stern zu kommen. Genau. Wir spielen Minispiele. Durch Minispiele verdient man Münzen. Man hat dann eine bessere Chance, wenn man mehr Münzen hat, sich einen Stern zu kaufen. Aber am Ende gewinnt er mit den meisten Sternen. Es gibt aber am Ende noch so Zusatzsachen, wie beispielsweise, wer die meisten Minispiele gewonnen hat. Wer am meisten gelaufen ist, etc. Und das spielen Sandra, Sirio und ich. Er sieht aus wie ich, oder? Boah, ich nehme Yoshi. Ich nehme Didikon. Krass. Hä? Kann man sich auch selber nehmen, Sirio? Ja. Deswegen habe ich ja... Wollte gerade sagen. Ich habe mit denen abgesprochen, dass die mich reinbringen ins Spiel. Was wollen wir spielen? Standard Map? König Boboms Pulverpassung? Die ist Lachkick. Die ist ganz schlimm. Die ist Lachkick, weil du kannst in der Mitte auch voll viel verlieren. Ich bin tatsächlich, ähm, für die, ja... Ich mache eine Umfrage. Ah, jetzt muss man wieder zwei Minuten warten, bis die Umfrage durch ist. Und wenn die Umfrage durch ist, finden wir trotzdem das, worauf Luca Lust hat. Halt mal deine Fresse, ey! Es ist immer the same one! Es ist immer the same one! Es ist so, Digga. Ich bin einfach, äh, Vorprophezeierin 9000. Ja, es ist so. Mein Light seit dreieinhalb Jahren. Aber geil! Halt jetzt mal den Rand da vorne. 10% sagen die Standard Map, 90% sagen eine andere Map. Komm, dann nehmen wir die hier. Sandra hat gesprochen. König Boboms Pulverfassmine. Okay? 10 Runden? Oh, wollen wir 20? Mach 100. Also, ich finde, 10 Runden ist zu schnell rum. Mach mal 15, bitte. Nee, 20 ist mehr Lachkick. 20 Runden? Ja, das geht voll schnell vorbei, weil wir nicht so viele sind. Äh, wir sind vier, genauso wie sonst auch. Nee, manchmal ist mehr. Hä? Wie manchmal ist mehr? Man ist immer zu viert. Guck mal, wenn wir schon mal zueinander gefunden haben, Sirio auch Zeit hat, finde ich, sollten wir es auch endlich mal auskosten, mal ein anderes Spiel zu spielen. Ich mache Umfrage. Nicht viel zu sein! Jetzt drückt die 20. Ja, 20, kam auch raus, 20. So, los geht's! Luke, hattest du jetzt... Nein! Wie viel länger dabei, grinsender Smiley. Naja, wie frech, Alter. Sandra, arm in der Koi um. Spring! Mach's auf! Scheiß Maulwurf. Sandra, arm in der Koi. Spring, Junge! Ey, spring! Ey, es geht schon wieder los, ne? Falscher Controller vielleicht? Drück mal X. Okay, ich. Oder falscher Controller? Ah, jo, falscher Controller, tatsächlich! Was hat's da an Playstation-Controller oder was? Boah, stark! Sandra? Ja? Ich werde dir so deinen kleinen, verfickten Arsch aufreißen jetzt. Bruder, du weißt nicht, wie dein Arschloch heute brennen wird. Ich schwöre es dir, Alter. Guck mal, Sirio da mit der Cap. Das ist auch genau so ein Style, den er auch rocken würde im Club. Rocken? Rocken? Ja, Leute, natürlich gewinne ich. Boah, so strong! Leute, Casement in der Ecke macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ähm, guck mal, in der Mitte ist jetzt quasi vier. Und wenn wir jetzt noch viermal auf so einen Ausflusskreis... Sandra, wo ist das denn hier für dich? Das ist ein Bob-Omb! Was? Ein Bob-Omb! Ein Bob-Omb! Bob-Omb! Oder halten die so? Nein! Oh, nein! Oh, nicht dein Ernst, ne? Das sind doch Bob-Ombs! Was sind denn Bob-Ombs? Bob-Ombs sind diese, ähm, diese Bombenteile. Ja, du meinst in der Mitte. Mhm. Achso, ja. So, Leute. Jetzt geht's los mit Vorhersagen. Wir machen ein Minispiel 1 gegen 3. Ja, auch, ne? Also, Mods, bitte Vorhersage. Wer gewinnt? Sandra oder Sirio, Luca und Peach? Weil jetzt gerade ist es ein 1 gegen 3 Minispiel. Sandra muss da auf ihrer Seite die Teile abschießen. Und ich muss, ähm... Und wir sind im Dreierteam. Das Problem ist, dass wir mit einem Bot spielen und die knallt wahrscheinlich überall hin, ne? Weil Sandra ist halt deutlich einfacher, weil sie alleine einfach abschätzen kann, ne? Sandra, du weißt, wie du schießt, ne? Mit Y. Halt dein Maul! Peach, am in der Kolbe! Geh doch weg von meiner Seite! Ey, das ist so ein Scam! Sandra wird das Save wieder gewinnen, weil Peach... Peach, Junge, rüber! Ja, so eine Trank... Ja, Digga... Mann! Ich hab alle verloren, Bro! Gewonnen, gewonnen, gewonnen! Gewonnen, gewonnen! Ey, Digga, Peach fuck mich jetzt schon ab! Also, Jungs, was hab ich euch gesagt? Legt euch niemals mit einer Sanderson an! Nein, Sandra, du bist einfach scheiße in dem Spiel! Es ist immer einfacher, wenn man alleine ist! Wir spielen mit dieser dummen... Die fuckt mich so ab, schon wieder, diese Peach! Komm, Sandy, noch mal eine 2! Halt dein Maul, Digga! Wirklich! Ich? Ach! Die Freunde, der hat die Abi bekommen! Ey, Leute, soll ich normalen Würfel nehmen? Oder soll ich den Yoshi-Würfel nehmen? Immer den Yoshi-Würfel! Ich nehm den Yoshi-Würfel, auch risky! Save ne 7! Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Erst wenn die 3 da ist, dann explodiert der! Und dann kracht's bei uns allen! Also, ich sag euch ehrlich, wette ich auf Luca! Oh mein Gott, ist das schwer, Digga! Ja, schafft der nicht! Junge, die Dumme! Ja, du wachst! Ja, ne! Ja! Einfach besser, Junge! Einfach besser! Und das war echt schwer! Da seht ihr mal, ob was soll ich ihn noch freuen können? Halt dein Maul! Oh, oh, Leute! Was passiert denn bei 3 noch? 2. Irgendwas explodiert, meinte Sandy ja. Ja, aber das verdient er ganz viel! Boah, Yoshi-Würfel oder... Ne, ich mach normal, ich mach auch... Gehen alle drauf? Ne, nur in diesem Viereck! Boah, so stark, wirklich! So stark! Eine Einser! Boah, bleib ich auf diesem Ding drauf? Lohnt sich nicht, weil ich hol mir eh den Stern! Ja, ist so, geh geradeaus! Also, der Typ hat noch 2 Mal, dann ist es vorbei! Ja, aber du bist ja jetzt nicht drauf! Ach, sterben nur die Leute auf der Plattform? Ja! Ach, da geh runter! Nein, wir sterben nicht! Wir kriegen nur ein paar Geldcoins weg! Leute, ich bin mit Peach in einem Team! Geht alle nicht auf mich, ich werd so verlieren! Boah, nein, aber sowas mit Sirio zu machen, ist auch... Ja, ehrlich, mit sowas mit Luka zu machen, das kann nix werden! Hä, was laberst du, Junge? Müssten diese Bulle nebeneinander sein oder einfach auf der Map? Nebeneinander! Okay! Hier! Easy, Bro! Hier, 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 hier! Wo bist du, Bruder? Was machst du, Sirio? Ich hatte doch in der Mitte schon, warum hast du nicht genommen? Ey, du bist so schlecht! Hier, hier, komm! Hier, 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 hier! Hier, Bro! Ich hab doch auch! Ich hab doch auch! Ja! Hammer nach Paulum, Alter, ist das ein Stress! Leute, Tommy, Peach war drauf, Peach war drauf! Und die drückt nicht! Komm, hier, 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 hier! Ja! Ich bin schlägt, die Fotze! Ey! Hier, hier! Ja! Boah, sind wir schnell, Alter! Kein Bock mehr auf den Schmutz hier! Bin heftig sauer! Hä? Was hat die da gemacht? Was sagt ihr dazu, Chat? Katastrophe, ne? Peacher dir hat die Minuswürfel gegeben. Die hat mir Minuswürfel gegeben? Ey, wen findest du heißer, Sirio? Daisy oder Peach? Äh, wenn ich Beziehung führen müsste mit denen. Sagen wir einmal, wenn du nur bumsen musst. Einmal nur für bumsen, einmal nur für Beziehung. Also, sag dir ehrlich, Peach würde ich einmal wegknattern. Und, äh, ja, Daisy würde ich dann heiraten. Ich würde, glaube ich, genauso machen. Ich würde Daisy heiraten, weil die wirkt korrekter. Ja, safe. Und Peach wegnattern. Wer ist Peach? Peach ist die Blonde. Ja, weil Peach kommt auch ein bisschen so schlampisch rüber. Also, no Frontagger, ne? Ihr seid so oberflächlich, Jungs, ne? Nee, Peach, ich mein bumsen geht, ist ja auch Oberflächlichkeit eigentlich nur. Ja, aber überleg mal, Peach, Alter, wie oft die immer von Mario weggehen, immer zu Bowser, chillen und so. Ja, die chillen richtig oft, ne? Ja, genau. Bowser sagt doch immer, und Peach sagt auch immer, die chillen nur, aber ich glaube, da geht mehr. Ja, safe. Die sagt immer, die wurde empführt. Ist klar. Meinst du, Peach verhütet? Oder hat die schon so Kinder? Ja, die haben safe Kinder. Deswegen ist doch Kinofilm rausgekommen. Im Kinofilm sieht man auch, dass die Beziehungen führen. Bowser und Peach. Deswegen gibt es Bowser Jr., stimmt. Ja. Was meint ihr mit Game Sound? Das ist verbuggt, Leute. Mal eine Frage. Habt ihr schon den neuen Film geguckt, Mario? Ah, ich weiß, was mit Game Sound verbuggt ist. Ich höre das auch gerade. Oh, no. Ist der gerne eins? Wie, hörst du es bei mir im Stream? Ja. Was ist denn da? So rauschen. Du musst ja mal gucken. Ich muss, vielleicht gucke ich den morgen. Rauschen? Mhm. Warum denn das? So, ich schaue mir das jetzt mal selber an mit meinem Stream hier. Sirio, lass direkt auf Luca gehen. Was ist denn das? Um was geht es denn? Gegner aus dem Brunnen spritzen. Mit einem Wassertankfüllung kannst du fünfmal spritzen. Du musst die Leute abspritzen. Dann sollten wir das besser nicht mit Luca spielen, weil der kann das sehr gut. Immer noch da. Nichts geklappt. Besser. Rauschen. Alle nur am meckern. Cam in die Ecke. Komm, ich mache euch jetzt erstmal die Cam in die Ecke, damit ihr da erwischt seid. Sirio, du weißt, was wir machen, ne? Ja. Ey, das ist unfair, wenn ihr jetzt ein Team macht, Dicker. Ja, Dicker. Witzig seid ihr, ha? Ja, bin auch raus. Fuck. Ey, du Kratsch. Guck mal, die kann auch nicht schießen. Die kann gar nichts. Guck mal, wo die steht. Die steht ja schon da in diesem Aus. Guck mal. Oh mein Gott. Ey, ich habe einen reingeschissen. Scheiße, ich bin gleich auf den Platz, ne? Ach, wir haben nur eine Runde. Spielt man das? Scheiße. Ey, wer ist das denn? Wer ist die Süße denn? Oha, sind da jetzt drei Mädels? Ja, vier. Boah, die ist aber süß, ne? Rosalina. Sound ist bodenlos. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, man. Ich habe ganz normal die Switche drin. Vielleicht das HDMI-Kabel locker oder so. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen leiser hier den Spielsound. Kaufe mir jetzt erstmal einen Stern. Scheiße, drauf, erstmal shoppen gehen. Ja, du spinnst, ne? Boah, stell dir mal vor, ich hätte jetzt Yoshi-Würfel genommen, hätte eine Null gewürfelt. Soll ich kaufen oder nicht kaufen? Was sagt ihr? Nicht kaufen. Wenn du ein Mann bist, lässt du das gedrückt und drückst einfach Random-X. Ja, ja. Ja, aber man kann nicht, wenn ich jetzt nach unten gehe, geht nicht. Das heißt, ich kann nur hoch runter gehen. Dann mach Augen zu. Augen zu. Ja, okay, ich mach Augen zu, gell? Okay. Okay. Hat der eh nicht gemacht. Ja, hat der auch nicht gemacht. Digga, ich wusste es, dafür liebt Luca zu sehr Erfolg. Ich weiß einfach ganz genau, dass ihr das auch nicht gemacht hättet. Doch, ich hätte gemacht. Nie, du erst recht nicht, Bro. Aber man kann es halt nicht von jedem erwarten. Halt mal deine Fresse. Aber er warte jetzt nicht, dass wir das beim nächsten machen. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Weil er sein Wort nicht gehalten hat. Kriege ich auch ein Mädel? Es gibt keine Mädels mehr, Luca. Äh, ich kriege diesen dummen. Aber der hat einen ganz guten Würfel tatsächlich. Der sieht auch noch genauso aus wie Sirio, finde ich. Der hat auch so eine kleine Nase. Äh, ja Leute, Vorhersage ist jetzt durch. Das heißt, wir können theoretisch starten. Wird dann beim echten Geld auch was abgezogen? Mhm. Sogar, du kriegst sogar Minus auf dem Konto. Ey, ich kann nicht weiterlaufen. Was ist das für ein Scam? Das ist Betrug. Ich kann nicht weiterlaufen. Meine Kamera ist irgendwie total blind. Oh ne, ich wurde zerdonnert. Hä, wo bin ich? Bruder, ich hab gewonnen. Ich hab 20. Ich hab gewonnen, ich hab 20. 20. Warte mal, kommt das auf Münzen an? Ja, da stand da doch. Man muss die meisten Münzen sammeln. Ey Leute, kiss, marry, kill. Mit Peach, Rosalina und, ähm, wie heißt die andere? Daisy. Ja, also küssen, ähm. Ähm. Rosalina, Rosalinda, wie heißt sie nochmal? Rosalina. Ja, Rosalina. Äh, marry, würd ich dann natürlich Daisy und kill dann, äh, Peach, weil die immer fremd geht. Ich würd's eins zu eins genauso machen. Wieso seid ihr denn schon wieder alle so nah am Stern? Hä? Ich lauf nicht zum Stern. Ich würd in den Chat, danke an Nijin. Warum hast du den nicht genommen? Weil Peach würfelt vor mir und wird sich safe den Stern holen. Die hat zwei Verbündete, das heißt, sie ist eh vor mir beim Stern, weißt du? Was müssen wir machen? In eisigen Höhen, die Höhen-Skulptur entstehen lassen. Aber wir müssen nur drehen, Sirio, ne? Ja. Du musst die drehen, wenn er bei dir ist, ich muss drehen bei mir. Mach lieber zu wenig, Bro. Wir haben noch übel viel Zeit. Lieber, dass alles draufkommt, weißt du? Ja, ihr habt eh schon gewonnen. Okay, ich hab nichts mehr, ja. Ja, scheiß, die Wand haben wir. Guck mal, boah! Brutal! 18,4, da kenn ich noch was. Meine Armlänge. Das andere letzte mit zwölf Münzen. Boah, Sirio, auch ein Stern? Guck mal, der wird ein Stern oder Münzen klauen. Ja! Boah, ich kann schreien. Sirio, 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 Sirio! Warte, 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 warte. Bevor du drückst, bevor du drückst. Sirio, bevor du drückst. Ja! Du kannst entweder Peach, einem Bot von Nintendo, den Stern klauen. Oder mir, einem Kumpel von dir, dem du auch noch 410 Euro schuldest für'n PC. Kenn dich noch von... Können wir leider auf 400 Euro runtergehen? Gebe ich dir 10 Euro. Echt? Oh, die wir auf 400? Ja. Boah, überlege ich mir. Hm. Sirio, du bist nicht käuflich, du bist nicht käuflich. Ja, Wandrad, biete doch mehr Geld, biete doch 11 Euro. Sagen wir mal so. Ich steig dir 10, Bruder. Boah, 10? Boah, okay, Bro, also... 10 Drinks? Ja, all safe. Du weißt, was 10 sind, Bro, ne? Die Sache ist, das ist von Sandra E.S.Game. Ihr werdet euch nie wieder sehen in Köln. Natürlich. Hier ist doch die ganze Zeit in Bielefeld. Natürlich. So, Pisser. Nein. Ja! 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 Schön! Wenn es um Skill geht, ist er da! Dann ist er da! Ich kann mir einfach immer noch keinen Stern leisten, ne? Wie kann man 61 Münzen haben? Einfach ein G, dieser Yoshi. Digga, Luca, ich hab neun. Teil mal bitte! Und ich bin direkt vorm Stern! Sandra, stell dir mal vor, du hast 60 Münzen, aber kein Stern. Stell dir mal vor, du hast einen Stern, aber jetzt keinen Freund mehr. Ich hab zwei Sterne. Aber Sirio, du hast mich als Freund. Danke, Sandra, das reicht mir. Aber die sieben Drinks, die... Sirio, das waren sogar zehn. Und die kickst du. Ja, stark. Also, Felder bis Stern, vier. Auf ganz Nummer sicher! Nehmen wir jetzt den goldenen Turbopilz. Das heißt, ihr habt eh plus fünf. Das heißt, egal, was ich würfel. Okay, Leute, soll ich mit Augen zu? Ja. Hey, Luca. Okay, ich hab... Oh, du kannst Stern klauen. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Wie ist das deine Freundin bei dir? Sirio, sag jetzt, warum sollte ich ihn dir nicht klauen? Weil... Ich erklär dir, warum. Weil, äh, ich hab extra... Na, Digga, Scheiße. Ich hab schon nix geklaut. Es ist einfach Karma, ja, Mann. Ne, ist kein Karma. Karma insane. Man hat der Vibration die Antwort finden. Boah, das ist so schwer, das Spiel. Okay, interessant. Ja, ich glaube, es war der rechts. Ehrlich gesagt, aber wenn ihr alle auf den in der Mitte geht... Ah, okay. Ach, Virio kriegt jetzt auch die meisten Punkte, oder wie? Wundert mich irgendwie, dass Peach das nicht weißt. Warte mal. Boah, ich hoffe, das war der. Ich glaube, das war der ganz rechts. Ja, das war der. Nee, nee, der ganz rechts, der war zu doll, glaube ich. Ja. Ja, guck mal. Zack, da haben wir doch wieder den ersten Platz gerade. Ja, doch nicht, Virio. Letzte Runde, ey, jetzt anstrengend. Boah, Bruder, wie schwer. Bro, es ist exakt das Gleiche. Ich schwöre, keine Ahnung, ich sag's euch ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab geraten, ich hab geraten. Nein! Ja, ich wusste es. Ihr müsst immer zählen, ihr müsst immer zählen. Aber du kannst doch gar nicht zählen. Ja, Leute, bei sowas, das hat ja nichts mit Skills zu tun. Natürlich kann ich da nicht gewinnen. Halt deinen Haul. Warum, gib mir den Geist. Oha. 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 Oha, Bro. Ich muss eine 5 würfeln, komm. Waluigi und ich zusammen müssen doch eine 5 hinkriegen, oder? Aha! Ey, Waluigi, der ist überhaupt keine Hilfe, der Typ. Boah, jetzt ist er direkt beim Stern. Das ist einfach Taktik, wie ich vorgehe. Ich beende das Spiel. Es war richtig geil mit euch, ne? Geiler Stream und so, ne? Aber ich bin dann jetzt auch raus, ne? Ich verstehe auch nicht, warum der immer Sterne bekommt, ohne Witz. Aber egal, Sandra, wir sind halt zu dritt Freunde reingegangen. Wir gehen halt nur noch zwei Freunde raus. Ja, no joke. Ihr seid so unfassbar. Sandra hat solche großen Töne gespuckt, ne? Zu Beginn und jetzt kackt die rein und sagt die so, ja, ich bin weg. Sirio fängt an, mir Sterne zu klauen. Jetzt ist er sauer, weil er zurückgeklaut wird. Guck mal, noch ein bisschen, schon wieder beim Stern. Das ist doch Scam, Bruder. Scam, das ist doch Scam. Guck mal, was denn du trug. Bruder, du hast doch deine scheiß Röhre sogar, du Idiot. Ja, was soll ich mit der scheiß Röhre? Du bist doch direkt da mit zwei Schritten. Bruder, bist du dumm? Du nimmst die Röhre, dann kommst du direkt beim Stern raus. Ey, geht nicht auf mich. Ey, auch nicht auf mich, bitte. 50% waren auf mich, 34% auf Sirio. Oha! Auch noch von diesem Bot von Rosalina einfach. Was will der von mir? Geh doch, Typ, lass mich doch alle in Ruhe. Waluigi, komm, ah, der ist ja von mir. Waluigi, Junge, komm. Komm, Junge. Bruder, geht doch mal zusammen. Komm, der Gelbe. Komm, Waluigi, komm. Komm, Waluigi. Ja. Komm, Waluigi, hau die Fotze raus. Ja. Komm, Junge. Komm, Bruder. Nein. So ein Betrug, ohne Witz, Alter. Ey, so ein Betrug, nur weil ich keine Mitspieler habe. Ja. Waluigi. Ey, wir haben einfach auch gewonnen. Wie stark. Jesus, Cam, Alter, ohne Witz. Ey, Digi, bin raus, ne, bin raus. Das war cool mit euch, aber ich bin jetzt raus. Ne, wirklich, ich gehe jetzt offline, ne? Ne, warum? Digga, ich kann nicht mehr gewinnen. Ja, doch, kannst du. Du wolltest 20 Runden, Sandra, dann müssen wir jetzt auch die 20 Runden machen. Ja, Digga, bin raus. Ne. Was macht die da? Ist die geistbehindert? Guck, ich hab gesagt, Digga, deswegen kill. So ein... Guck, jetzt lacht die auch noch, so dreckig. So lacht die immer, wenn die bei Bowser chillt und Mario zu Hause ist. Oh, ey, ey, ey. Ey, es geht ab. Es geht ab in der Mitte, oder? Ja. Oh, ja. Gott sei Dank. Peach, ciao. Ja, hast du auch verdient. Ja, sofort, Sirio, sofort. Ja, safe, safe, Kuss. Das ist frech. Safe, Wuribo. Ja, also, ich würfel mal ganz geschmeidig mit meinem Experiamus-Würfel, der eine 4 herausspricht. Nein, ich komm... Nein. Bruder, was ist das denn? Du kommst doch zum Stern, du Idiot. Nein, ich hab ne 0. Du hast ne 2, Bro. Ich fahr noch weg. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Oh mein Gott, ich komm genau da. Was? Was war das denn jetzt? Ey, Bro, was war das? Das ist auch nie gesehen. Hat der gerade für 10 Münzen so ne Röhre eingesetzt? Und nur, um dann sich da hin zu teleportieren? Um dann mit diesem Waggon wieder wegzufahren? Weißt du, was passiert ist? Was ist denn? Der hatte so ne... Wir haben ja alle Bomben bekommen, weil wir durchgegangen sind. Ja. Ne, beziehungsweise es war Peach, weil Peach hat ihm ja dieses Verdonnerungsding gegeben. Boah, das ist so ne... Dreckige Hure. Ach, und die Bombe hat dann gewürfelt, dass du ne 0 hast, oder wie? Ja. Das ist ja echt traurig. Man könnte ja sagen... Fuck, shaming. Man könnte ja sagen, dass es vielleicht Karma wär. Eure Leistung, ne? Sireo, wir gehen raus an der anderen Stelle. Es war schön. So, weißt du? Einfach, ich hab mich gefreut, aber ja, ich bin raus. Leute, ich mein, am Ende gibt's doch noch immer diese Sterne, die noch kommen. Zum Beispiel für den, der am meisten laufen ist und so'n Scheiß. Ja, genau. Ja, und ich bin gar nicht gelaufen. Ich hab nur die Möhre Röhre benutzt. Wollte grad sagen, dann krieg ich ja noch mehr Sterne. Oha! Ja, Kuss. Sehr gut. Oha! Unentschieden! Was ist jetzt? Ja, nix. Unentschieden halt, ne? Ja, dann ist Umfrage abgebrochen. Ey, Leute, schaut euch das mal oben rechts da an. Ich hab vier Sterne und noch drei Items. Hä? Ich bin beim Stern? Ja. Mach mit Augen zu. Hab ich. Egal. Ich knall mich ab. Ich knall mich ab. Nein, Sireo! Einfach Peach gewonnen. Ey, okay, wer hat von den Vorhersagen Leuten auf Peach gegangen? Drei Prozent, die haben einfach gewonnen. Ich krieg richtig Kohle jetzt, die die auf Peach gegangen sind. Drei Felder bis zum Stern. Komm, geh mir mal auf Nummer, sicher sich. Komm, Waluigi, kannst doch wieder eine Null würfeln, du Trottel. Fünf Sterne. Ich hör dir nicht mehr zu, Leute, ganz ehrlich. Der holt sich den Fünften. Der kann, Fünf... Am Ende des Tages auch egal. Arme Sandy, die ist überhaupt nicht ab. Die kaufen Bauernhof einfach noch. Ich fühl mich einfach nur noch emo. Guck mal, der kommt direkt zum nächsten Stern. Guck mal, wie frech. Das ist nicht mehr normal. Dazu sag ich gar nichts. Das ist nicht... Ich hab noch nie, noch nie eine Mario Party Runde gesehen, wo jemand sechs Sterne hatte in der zwölften Runde. Oder in der dreizehnten Runde halt. Das ist nicht mehr normal. Also wirklich, dass das Spiel das auch nicht realisiert, dass man den Stern nicht auf denselben Linie legt. Also wirklich dumm programmiert. Ey, ich hab sowas noch nicht gesehen. Das geht gerade bei Sandra ab eigentlich. Die ist rausgegangen aus dem Call. Die ist rausgegangen. Nein. Die hat aufgelegt, aber sie ist noch live. Guck mal, wie dumm die sind. Komm, runter, runter. Wie soll ich... Das ist die krankste Mario Party Runde, die ich je gespielt habe. Das ist so krank. Es ist so krank. Luca, wir müssen uns jetzt immer alles merken, quasi. Ja, merkt euch mal alles. Okay. Und Sirio stellt Fragen? Ja. Ich bin ein Junge, der ja auch heute. Okay, Sandra. Ananas, Ananas, Ananas. Es waren drei Toads, drei Ananas. Ja. Ja, Bruder. Ja, scheißegal. Das sind so leichte Fragen, hä? Hä? Wie alt ist der rechte Toads? Äh, jetzt müssen wir aber nicht wegen den Toads, die da hinten stehen, ne? Äh, doch. Nein. Nein, nein, nein. Bleib da stehen. Doch, doch, die auch. Die auch. Nein, nein, nein. Bleib da stehen. Luca, hab ich gewonnen? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein Gruppenspiel, Junge. Ja, okay. Ich hab keine Ahnung. Egal. Guck. Fünf. Ja, ihr seid halt Bots. Okay, wir müssen echt zusammen reißen. Ananas, orange, orange, Zitrone. Boah. Boah, Bruder. Das ist. Sechs. Ey, wenn Peach da stehen bleibt, wenn Peach auf die... Nein, nein, geh auf sechs. Sandra, ist doch egal. Wir teilen uns auf. Okay, ich geh auf sechs. Nein. Nein. Sieben. Sieben. Ey, wir müssen Peach da um die Daumen drücken. Oh mein Gott. Komm, Peach. Peach, Junge. Ich weiß selber nicht mal. Bitte, Peach. Bitte, 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 bitte. Ey, Peach, bitte. Scheiß nicht rein. Bitte, bitte, scheiß nicht rein, Peach. Oha, können die noch ein bisschen mehr machen? Ja, das ist ein Bot. Natürlich weiß sie das. Nein, nein, nein. Muss nicht. Ja, guck jetzt. Sie weiß das. Natürlich. Sie hat doch das Spiel. Das ist ein NPC. Die weiß doch alles. Das ist ein Computer. Wie viele Tots trugen Orangen? Orangen. Eins, zwei, drei. Nein. Ich hab doch gesagt, es waren drei. Tja. Scheiße. Ich hab sogar extra Scream mit Handy gefilmt und falsch gezählt. Du hast mit Handy abgefilmt? Und du hast trotzdem falsch gezählt? Das ist so, wie wenn du einen Spicker in der Klausur hast, in der Englischklausur, weil da stehen so Zahlen drauf, weil du dachtest, du schreibst Mathe. Ey, wie kann man so ein Trottel sein? Klaue einem Gegner fünf bis zehn Münzen. Nein, Luca. Nein, Luca. Wehe, 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 wehe. Bitte. Ey, weißt du was? Ich mach zufällig. Ich mach zufällig. Zufällig sowieso immer ich. Schauen wir mal, wer dabei rauskommt. Ja, gut. Fair. Ja, ist fair. Wollen wir jetzt immer zufällig machen? Nein. Ja, wenn es geht, dann ja. Wenn nicht, dann nimmt man den, den man mehr mag. Ja, dann würde ich Sirio nehmen. Dann nehmen wir den, den wir nicht mehr mögen. Der ist ja total unfair, wenn die jetzt anfängt. Er ist die Lust. Echt? Warum, wie viel ich denn jetzt als letztes oder streichel als letztes? Wie süß der guckt, wenn der sauer ist. Ich hatte davor früher richtig Angst. Guck mal, jetzt ist der bei euch schon so voll aufgewacht. Der ist schon sauer. Mehr mach ich nicht. Boah, Peach, schlau. Schlauer Move. Ja. Ich glaube, ich mach gar nicht mehr. Ich mag es zu zocken. Uh. Boah. Jetzt ist es gefährlich für den. Der muss viermal streicheln, der Mann. Wie lang geht denn das? Bist du, er aufwacht? Oh, Sirio. Fuck. Worauf ist das los? Ja. Es ist einfach Karma, dass ihr so schlecht seid. Weil ihr auch vorhin zu Beginn meintet, ja, lass auf Luca gehen. Dann haben wir schon Ansagen gedrückt, dass sie mich rasieren wird und so. Dekker, ihr seid zu dritt. Ja, aber Peach macht ja nichts. Die Olle. Guck mal. Die steht eine Stunde vor dem Ball. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Sandra. Wer dich verarscht. Sandra. Ja. Ich suche mal Controller-Schrott, ne? Ja, guck mal. Boah, war das close. Boah, war das close. Weil Peach ein NPC ist, Bro. Die guckt sich den Ball erst mal fünf Sekunden an. Ja, die liebt es, Bella anzugucken. Von Bowser. Ey, ich muss jetzt kurz meine Insta-Story packen. Das ist die krankeste Mario-Party-Runde, die ich hier gespielt habe, ne? Ja, man, übertrieben geistig krank. Ja, heftig, Bruder. Ich habe doch noch nicht so viel Glück gehabt. He, 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 he. Boah, so gut. Hä? Ich bin noch viel größer drauf gewesen. Ja, aber ich habe angespannt mit dem Trizeps. Was geht? Bin jetzt zwei Monate dabei. Boah, Kraft. Guck mal. Ja, das war auch halt zurecht. Oha, Junge. Boah, ja, ich safe. Hey, ich bin schon wieder komplett drauf. Ja, aber ich mache Superman-Fly. Hey, verpiss dich mal. Verpiss dich. Boah, ja, ich. AAAAAH! AAAAAH! Wie ist das denn? AAAAAH! Ich safe dir! Wie geht das? Ich kann das nicht mehr, ne? Bruder, verpiss dich mal. AAAAAH! Guck, mich, dass Peach einen Punkt bekommen, die nicht mal zu sehen gewesen ist. Fiss dich mal. Du bist doch schon mal von der Cam, Alter. Nein! Nein! Ah, ich habe gewonnen, Digga. Ich muss gar nichts mehr machen. Also, for real, ich war geisteskrankt mit dem Rampenlicht. Guck mal. Nee, nee, du kannst dir leisten jemanden. Guck mal. Ey, wir haben gesagt, wir machen zufällig. Das weißt du, ne? Ja, gibt's nicht leider, Bro. Hä? Wie? Wie, hä? Was ist daran nicht zu verstehen? Luca, du hast sechs Dinger. Gib mal ab, Junge. Also, du willst mir allen Ernstes wieder einen Sternen kaufen? Natürlich gibt's da zufällig. Wir haben gesagt, wir machen zufällig. Ja, aber... Bruder, wir haben gesagt, wir machen zufällig. Ja, oder man mag halt jemanden nicht. Nein, Bruder, wir haben gesagt, wir machen zufällig. Guck mal. Ey, ja, guck mal. Chat rachst du auch raus. Ja, Bruder, es kann nicht sein, dass wir Regeln vereinbaren und uns nicht dran halten. Vielleicht geht's doch eh... Es wird doch eh auf mich gehen, Bro. Ich schwöre, es geht eh auf mich. Ja, Digga, das ist halt Syrio. Hä? Ich habe zufällig gemacht. Mach zufällig. Hab ich doch. Ja, sehr gut. Wirklich, Luca, schlechtester Verlierer, Bruder, hat er einfach sechs Sterne gegenüber, ne? Ja, wir haben zufällig gemacht, auf entspannt. Was ist das? Verbündeten, Flyguy. Item vom Kollegen-Clown, entspannt. Nein, oh mein Gott, du kannst eine Röhre klauen. Aber nicht mir, weil ich meine jetzt direkt benutze. Wäre stark, wenn du dann wieder einen Null würfelst. So wie Syrio einfach einen Null würfeln, what the fuck. Ich habe mal den Sandra würfel in den Null. Das wird sehr traurig. Ah, okay. Minus zwei, komm. Nein. Minecraft kommt noch, Leute, ja. Das sind die letzten drei Runden. Ey, guck mal, die ist direkt da. Ich check's halt nicht. Guck mal, Luca ist direkt da am Stern. Ja, ich nehme trotzdem Item. Ey, Digga, das ist vier Blöcke entfernt. Ja, aber so, der eine würfelt nur eins, zwei. Das heißt, wenn ich eins oder zwei würfel, sind wir im Arsch. Ja, ist vielleicht unnötig, aber naja. Du bist krank. Ah, ich habe ja sogar zwei Kollegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Sandy, wie viele Sterne hast du? Halt dein Maul. Ja, Silvio, mach du mal den unteren Teil. Ich mache den oberen Teil, weißt du? Ja. Na, Bruder, die da unten. Ah, ich soll den oberen Teil machen? Unteren Teil. Und ich mache den oberen, die obere Hälfte. Ja, Digga, dann bist du. Ach, hier, die Seite, okay. Ja, ja, die untere Hälfte, die obere Hälfte. Also quasi. Was macht Peach? Einfach gar nichts. Kriegst du das hin, Bro? Du verkackst jede Bombe. Hä? Was laberst du? Ja, komm, Silvio. Boah, du bist so ein Trottel, ne? Ihr habt gewonnen. Du hast doch gewonnen. Oh. Ja. Also. Ja. For real, das lief da, weil Peach immer mein Weg war, die Olle. Nein, ich kann die Röhre auch nicht kaufen. Digga, du hast sieben Sterne. Was willst du noch? Mehr Sterne. Hä, warum spiele ich denn jetzt gegen die anderen drei? Hä, vier. Boah, Alter, hab ich Luka rasiert. Ja, Bruder, das ist ja komplett unfair, wenn ihr zu viert seid. Hä? Ich kann einfach geisteskrank drücken, Bro. Was ergibt denn das für einen Sinn, wenn ihr zu viert seid? Aber ich bin, glaube ich, alle gegen alle. Nee, ich bin die Linser und die Gewinner gegeneinander. Ja, aber ist ja trotzdem für Sirio am sinnvollsten. Boah, was haben wir, Alter? Keine Chance. Keine Chance bei dir, Bruder. Ja, bei Sirio, das ist auch todesunfair. Ey, kann mir einer kurz erklären, wie ich die Map sehen kann? Ah. Wo ist der Würfel? Stern, Alter. Oben, rechts. Okay, zurück, so. Also du hast noch sieben, ne Items. Erstmal eine Sechs haben. Ja, du kriegst den, du kriegst den, du kriegst den. Würfeln, quasi, ja. Und dann direkt auf X drücken, Sirio, damit du auf der Sechs landest. So, ja. Und ja, du hast aber genug andere, die dir noch zwei ermöglichen, denke ich. Mario Party maximal langweilig. Wie, warte mal, würfeln die anderen jetzt nicht für mich? Das ist das geilste Spiel. Ey, so ein Scam. Ey, guck mal, ich hab nur Päschchen im Game. Digga, seid dran. Hä? Ich dachte, die anderen sind auch dabei. Na, jetzt kommt diese Peach, die Olle, und nimmt mir den Stern weg. Guck mal. Ich fährt ja schon wieder damit weg. Ich sag gar nichts dazu, ohne Witz. Das ist nur ein dreckiges Scheißspiel, ohne Witz. Ich verstehe einfach nicht. Hey, das hat doch gar nicht gelohnt, diese... Guck mal, jetzt kriegt Sandra, du hast das extra gemacht, ne? Sirio, ich schwöre, so weit ich hier stehe, nein. Du sitzt doch. Du sitzt... Ach, ich bin... Ein Stern? Komisch. Sirio, ich schwöre, ich schwöre, ich wusste das nicht. So weit ich hier stehe, wirklich. Ich nehme jetzt mal ein Item. Das heißt, plus 5. Wo wart ihr gerade? Felder bis Stern 13. Das kriege ich ja gar nicht hin, außer ich würfe... Das kriege ich ja gar nicht hin. Ich muss eine 8 würfeln jetzt. 5. Kommt, bitte, Jungs. Nein! Ja. Nein! Nein! Wirf doch eine 100. Oh mein Gott! Ey, Bro, die hätten einen mehr machen müssen. Nein, was ist das denn? Was ist denn ein Riesenpechfeld? Mega Pechfeld. Du kannst jetzt einen Stern zum Beispiel verlieren. Ja, das wäre geil. Nein, oder? Aber auch ganz viel Geld. Boah, komm. Ich hab doch gar keins. Ja. Ungeschoren. Boah, sehr gut. Ey, ist das das letzte Minispiel, ne? Mhm. Ne, noch Runde 20. Jetzt der erst 19. Also das zweitletzte. Bin seit 3 Monaten dabei. Einfach so gut. Twitch ist voll nice bei dir. Fuck. Ich bin ein Bastard. Da, Yoshi. Ja. Ja, so ein Scheiß. Auf lock, auf lock, ich schmeißen 30 Punkte. Ey, der kann genauso Saltos machen wie du. Was? Der ist nicht athletisch. Fendig ein Zweiter, Leute. Okay, letzte Runde. Viri, du musst direkt zum Stern. Nee. Doch, 16 zu 16. Du musst nur gucken, wo der Stern ist. Guck schnell. Geh hoch, hoch. Nein, 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 guck jetzt. Oh mein Gott. Nein, das ist nicht wahr, ne? Ja, unten. Nein, ich bin ein Davor. Ja. Da habe ich genau gesehen. Ey, das ist nicht fair. Senorita, sei mein Adriana Lima. Sich nicht so wie Super Mario Party. Aber ich glaube wirklich, Bro, du könntest sogar noch aufholen, weil du kriegst auf jeden Fall den Pechstern und den Minispielstern. Ja, aber ich glaube nicht. Also Luca gewinnt hoch, hauch, hauch, hauch. Äh, hoch aus. Und ich kriege auch noch den Stern für den kleinsten Finger. Luca gewinnt hoch aus. Schade, dass es nicht noch spannender wurde und dass ihr so schlecht seid. Naja. Ja, stimmt. Halt dein Maul, Junge, wirklich. Und dann komme ich noch auf den Riech. Letzt meine Nummer, nein. Ey, wäre so geil, wenn der jetzt ein Stern abgezogen wird. Ah, komm, scheiß drauf. 20 Münzen. Ich habe nur 6. Ähm, Felder bis zum Stern 10, okay. Ja, schaffst du, Bro. Du hast drei Helfer. Jeder würfelt eine 1 und eine 7, fertig. Wenn ich eine 7 mache und die 1, 2, dann geht's. Ja, perfekt. Super. Super. Solche Trottel, ne? Solche Trottel. Ah. Na, egal. Na, letztes Minispiel, Leute. Sirio hat auch auf jeden Fall die meisten Münzen eingesammelt. Leute, übrigens, schaut mal auf dem Laser-Luca-Clips-Kanal auf YouTube vorbei. Da werden ganz, ganz viele Clips hochgeladen. Sehr, sehr nice. Auch danke für den Support. Wir haben einige Videos schon 6-stellig Aufrufe. Bei so kurzen 10-Sekunden-Videos oder so. Das ist sehr geil. Dankeschön. Okay, Sirio, jetzt konzentrieren. Ja, concentration, motivation, motivation, ne? Richtig. Und nicht so wie Sandra ein Video machen. Ihr macht jetzt eh Videos. Nein. Zitrone. Ja, Zitrone. Ich hab eine Zitrone. Ja, guck mal, was macht die da? Ist die dumm? So ein NPC ohne Witz. Komm, fall runter. Echt, so schlecht, ey. Erste Frage, verkackt die schon. Ja. Merkst du selber, ne, Peach? Jemand zum Browser ein bisschen chillen. Internet-Browser. Boah. Hm? Hm? Der vierte getragen. Ich würde sagen, Orange. Hm? Ja, Bolle, mach 50, 50. Ja, okay. Oder Zitrone. Ja. Ja, Peach hat gefehlt. Ja, Junge! Okay, scheiß nicht rein. Ja, ich probier. Leute, filmt Luca? Ja. Hä? Zitrone, Ananas, Ananas, Orange, Apfel, Ananas, Orange, Orange. Die nimmt eh irgendwas mit wie vielen oder so, das hab ich gezählt. Boah. Kackt. Also auch Raketen, oder wie? Ne, du, Paraucas. Sieben, sieben, sieben würde ich sagen. Sieben? Ja, zu spät. Eins, zwei, drei, vier. Nein, er hat richtig... Hä? Ach so, zählen die ganzen Dinger da auch unten? Ja. Ah. Ihr habt gewonnen. Ja, Luca filmt. Luca filmt. Nee, der hat nicht gefilmt. Natürlich, das hab ich doch gesehen. Seh ich doch. Ich hab nicht, ähm... Was? Äh, Tchigel wurde zum ersten Platz. Ja, Digga. Ja, bringt der jetzt eh nichts mehr. Die Münzener da bekommen haben. Also krass wäre natürlich, wenn ich jetzt erster werde. Erste Bonus, Minispielbonus. Boah, Sirio, du oder ich würde ich sagen. Ja, aber ich hab schon verloren. Aber ich würde sagen, Sirio. Ich glaub auch, Sirio hat die meisten Minispiele gewonnen. Ah! Ah! Ja, Luca, ja, perfekt, Dinger. Crash. Perfekt. Flitzer Bonus, wer am meisten gelaufen ist. Ja, ich auch nicht. Peach, würde ich sagen, oder? Ja. Oder Sirio, Peach oder Sirio. Ja, Peach. Ja, die läuft ja immer zu Bowser, deswegen. Naja. Hat schon verdient. Guckenbonus. Guckenbonus? Ja, den kriegt Sirio. Für was denn? Meiste Verbündete hattest du doch, oder? Oh, Peach und Sirio. Warum kriegt die denn ein? Ich hab einfach keinen extra Stern bekommen. Dieses Spiel, ich leg auf. Ey, war ein geiler Stream, Leute, ne? Sanda, wir gehen jetzt noch kurz in Minecraft. Ja, war richtig geil und so, ne? War jetzt schön, ne? Oh, wir haben wohl gewonnen. Hä, wir haben wohl gewonnen. Diesmal geht der Sieg an Yoshi. Also, ähm, Sirio, Kuss, Bruder. Dankeschön, dass du mit dabei warst. Mhm. Gerne, Bro. Pass auf, Schau. Sanda, wir hören uns. Sireio, dich hab ich lieb. Du kann nicht. cheat lag. Musik Handwerk Musik Untertitelung des ZDF, 2020